Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute ein kleines Video, was ich heute gefunden habe und zwar der Bundesliga-Schiedsrichter Dennis Aytekin war auf einem Techno-Festival und hat dort aufgelegt und ja, wir wollten euch das Video nicht vorenthalten und wir schauen einfach mal rein. Musik So, das war das Video mit Dennis Eitigin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Schreibt mal, wie ihr ihn als Bundesliga-Schiedsrichter findet. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.